Guten Abend miteinander. Heute zeigen wir Ihnen wieder ein paar Sachen, die helfen, dass man sich draussen richtig gemütlich machen kann. Bei GOP gibt es nämlich enorm günstige Campingartikel. Alles GOP-Qualitätsangebote. Zum Beispiel der Camping-Klapp-Sessel. Er hat Armlehne und er ist speziell stark gepolstert. Und dank dem Metallrohrgestell ist er auch äusserst stabil. Und ich habe Ihnen noch einen heissen Tipp für die nächste Grillparty. Wo Sie die machen, ist gleich, denn den Gussgrill nehmen Sie bequem in dieser schönen und handlichen Holzbox mit. Den Gussgrill können Sie auf zwei Arten brauchen. Einen Sohn für Boulet und Braten oder so, für Würste, Gotelette und andere Sachen. Neben dem Bodenrost aus bestem Gusseisen hat der Grill noch einen Ventilationsschieber, eine Aschenöffnung und einen verstellbaren Grillrost. So. Bei GOP gibt es jetzt alles, was Sie zum Grillieren brauchen, besonders günstig. Zum Beispiel die bequeme und ganz ungefährliche Zündflüssigkeit oder die gute Schweizer Qualitätsholzkohle. Grilliert ist gut und gesund, wenn man es richtig macht. Erst wenn das Zündmittel ganz verbrennt ist, den Rost aufsetzen. In der offenen Flamme nie grillieren, sondern warten, bis die Holzkohle mit grauen Aschen bedeckt sind und dann wegblasen. Das Fleisch nie anstechen, sondern mit der Zange kehren. Und erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch bekömmlich sind. Einen guten. Ja, und mit dem handlichen und super starken Grillschrubber können Sie Ihren Grillrost und noch vieles mehr bequem wieder sauber machen. Achten Sie auf Plakate an der GOP-Schaufeister. Überall, wo die hängen, gibt es die Campingartikel zu Schlagenpreisen. Speziell günstig bei GOP gibt es jetzt natürlich auch die EPERI. Garantiert erntefrische direkt aus Italien. Dann GOP sorgt dafür, dass die EPERI frisch nach der Lässe, also innerhalb von 24 Stunden in der Schweiz eintreffen und an GOP-Läden verteilt werden. Eine frische Leistung, die Ihnen GOP da wietet. Auf Wiedersehen. Halt, ich habe noch etwas Erfreuliches. Am nächsten Sonntag ist ja Muttertag und COOP hat alles, was Freude macht. Oh, merci. Am nächsten Mittwoch, nicht um die gleiche Zeit, sondern ausnahmsweise am 7 Uhr. Auf Wiedersehen miteinander. Der Grill, den wir Ihnen gerade gezeigt haben, kostet bei GOP nur 35 Franken und der Klappsessel nur 15 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP eine Dose Eierravioli, statt 2.30 Franken nur 1.90 Franken. Ein Flacon Sonnenschutzloschen, Sherpa Tenzing für nur 5,75 Franken. Und die verschiedenen Lola-Schocken gibt es 15 bis 30 Klappen günstiger. Bei GOP gibt es jetzt den Löslicht Kaffee besonders günstig. Achtet Sie auf die Plakate Ihrem COOP-Laden. Und nur morgen, über morgen und am Samstag gibt es bei GOP ein Liter GOP Himbeerisirup, statt 3.30 für nur 2.75 Franken. Und der Financiergeg von GOP statt 2.50 nur 2.10 Franken. Und als aktueller Preisschlager finden Sie bei GOP drei Eiwegeführzüge bekommen für nur 1.95 Franken. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen GOP-Laden. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. người Untertitelung des ZDF, 2020